Jetzt finden wir auch kein Gemisch. Hier ist nur noch Harz. Da vorne ist Gemisch. Da müssten wir gleich nochmal, wenn wir Sauerstoff geholt haben, hin. Das müsste jetzt hier gemischt sein. Jetzt sag hier nicht, das war ein Gemischding. Tatsächlich, es ist nur ein Gemischding hier gewesen. Kaum zu glauben, oder? Hier ist ein bisschen Dingens. Oh Mann, ey. Ja, schwierig mit dem Sauerstoff und dem Lehm. Kannst jetzt nur zurücklaufen, glaube ich, und dann gucken, dass wir erstmal wieder Dingens kriegen. Wie heißt das? Gemisch kriegen, damit wir Linie bauen können. Uiuiui, ich dachte, die rutscht da schon runter. Hier ist es ja schon. Wir haben Gletscher, wir haben Eiswüste und was haben wir noch? Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich doch in der Erde irgendwie den Lehm holen. Aber bis dato habe ich den nie unten irgendwo gesehen. Ich habe den immer oben gesehen, meine ich. Warte mal, wir haben ein Gemisch geholt, aber wir haben nichts umgebaut. Ich hätte gerne immer nur so eine kleine Schräge, nicht so eine große dann. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Geysir, ne? Das ist jetzt hier nicht Lehm, ne? Organische Ressource. Hier ist auch nichts. Jetzt kommt der Wind wieder. Hier ist nur Biomasse. Da kann ich aber auch nichts gerade mit anfangen. Kann ich wahrscheinlich gleich wegschmeißen. Dem kann man nicht den Boden klauen. Ich bin gespannt. War nichts. Aber hier Eisblumen sind das, oder? Hämatit. Das ist die Station, die ich vom Weiten gesehen habe, die da schwebte. Hier gibt es das Ding ins Grundstoff. Dann können wir da schon mal wieder was bauen, das ist schon mal gut. Warte mal, einen nehmen wir noch mit. Das kriegen wir nicht mal reingetragen. Ist egal. Den raus. Und den anderen haben wir genommen? Nein. Und jetzt schnellstens zur Linie zurück. So, jetzt können wir hier schnell noch was Neues bauen. Komm, bauen wir gleich beide. Und wir haben sogar noch einen mehr. Gut. Die Biomasse lasst gleich hier, die brauchen wir nicht. So, hier ist schon mal erstmal nichts. Aber hier, ne? Ist das was? Ne, auch wieder nicht. Hier kannst du Gemisch finden, ne? Da hast du der Eisen daneben. Die Biomasse das sind hier. Die Biomasse das sind ein schwerer, das ist eine große Rolle. Das ist ein sehr, sehr gut. Die Biomasse das ist. Ich baue mal hier jetzt rein, zurückrufen, hier ist ja nichts mehr, so nun, Drop auswählen, einsetzen, nächsten Weg, auf in den Wald, da kriegen wir bestimmt auch ein bisschen Holz dann. Dann gehen wir noch sammeln. Jäger, wild erlegt, kräuterkundig, Kräuter gefunden. 37 Fleisch und 117 Kräuter, okay, das ist ja schon mal etwas. Die können nach da laufen, die können aber auch jetzt hier hinlaufen, vielleicht können die auch zum See laufen, oder? Umleiten. Und den Zug lassen wir jetzt weiterfahren, oder? Kann ich denn jetzt zum Zug auch? Achso, okay, na super. Nee, dann mach den Trupp wieder zurück, das macht hier keinen Sinn mehr. Ich werde jetzt keinen anderen Lokführer da einsetzen, oder sowas. Dann fahren wir bis nach hier so ungefähr hin, und dann gucken wir weiter. Na, da waren wir, da waren wir, jetzt heißt, wir fahren bis hier hin. Okay. Ah ja, die Speer haben ein Hindernis vorausgesiegt, ein großer Baum ist auf die Glase gestürzt. Wir müssen ihn zur Seite räumen. Rammen, Zug anhalten. Ja, warum haben die Minus neural? Schiene räumen. Da wutscht man ja ewig, oder was? Spannieren wir mal das Spiel, wenn das hier geht, ne? Der große Baum muss weg, aber da müssten wir ja Holz kriegen, oder? Ja, wir haben den Hindernis entfernt und können weiterfahren. Doch es gab einen Unfall, und dann wurde er verletzt, na super. Holz haben wir 60 dazu gekriegt, dafür haben wir auch noch einen Verletzten, ey. Ne, keine Aktivitäten. Dann fahren wir weiter. Jetzt haben wir einen niedrigen Treibstoff. Fahrt trotzdem weiter. Erkunden. Einsetzen. Laufen. Schnell laufen. Ja, wir haben den Ort durchsucht, das war irgendwie von Weitem aus. Ja, es wurde ja noch einige an der einzelnen Dinge erfunden. Den Schmiede haben wir einiges an Brauchbarmaterial entdeckt. Vermutlich haben wir es zurückgelassen, weil es zu schwer war. Wurde beeinflusst bei Antone Kräuterkunde. Reinbrecher. So, was haben wir gekriegt? Metall 47, Treibstoff 10. Okay, das ist ja schon mal etwas. Ach, das sind die Kräuter. Und Geld haben wir auch noch gekriegt. Wunderbar eigentlich, oder? Die schicken wir da auch noch weiter hin. Mach mal schnell, können wir noch ein bisschen angeln. Dann nehmen wir auch noch die Dampfmühle her, die... Keine Ahnung, was es ist. Ach, wieder in Pause. Okay, da wird eine Nacht für Holz. Sieht erstmal alles gut aus, ne? Hier haben wir irgendwie die Antriebsbälle gemacht, ne? Und dann haben wir so ein doofes Lager daneben gemacht. Vielleicht die falsche Stelle, oder? Naja. Können wir irgendwann umändern, wenn das Lager mal leer ist. Zur Zeit ist es aber sehr voll. Gut. Das machen wir mal. Ich glaube wir bauen hier noch eine Bäckerei hier. Eine Begrillhütte. Wo ist hier Nahrung? Da. Getreidemühle und Bäckerei. Ich glaube wir machen mal den hier erst. Und zwar... Ich glaube wir können den auch hier hinstellen. Weil wir wollen ja hier die Dingens einlagern. Sag schon die... Sumpfdotterblumen. Ich glaube wir machen mal die Prio höher hier. Und dann soll die die Dotterblumen machen. Die werden ja hier schon eingelagert, ne? Ja. Wenn denn das fertig ist. So. Das macht die Pumpe. Die ist schon fertig. Das heißt nochmal hier ein Kanister Prio. Hier fehlen noch Holzstammer. Die waren jetzt gerade schlafen, ne? Da wird gebaut. Er macht Holz. Auch gut. Warte auf Materialien. Wofür hat das denn gebaut jetzt hier? Auch geil. Altmetall. Rohholz. Ja mach mal Rohholz erstmal hin. Vielleicht war das dafür. Weiß ich nicht. Ist schon so lange her, ne? Hier ist kein Dingens mehr, ne? Kein einziger Baum. Kommen die hier hoch, ne? Da müsste ich eine Leiter für bauen. Treppe. Was mit dem Deich. Oh, nur noch zwei Holz. Dann können wir da was weiter bauen. Der ist bald voll, ne? Ja, läuft auf jeden Fall. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Ich sehe jetzt hier auch nichts, ne? Weil gerade Nacht ist. Das hier ist noch fürs Brotbacken. Bienenstock. Ah, da ist was angepflanzt, aber... Rohkolben. Rohkolben, ist das Rohkolben? Weiß ich nicht. Weizen. Sonnenblumen. Ne, brauchen wir alles nicht. Ja, das haben wir jetzt gerade gehabt. Wo ist denn hier der Kastanienbaum da? Lass uns mal hier Kastanien anpflanzen bei dem hier. Ich kann jetzt aber nichts anklicken, ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob er die baut oder nicht baut. Er hat auf jeden Fall nichts zu tun, ne? Ah, da, schau her. Naja. Noch mal höhere Prio. Und läuft erstmal. Hier ist viel Wald, ne? Könnte man abholzen. Naja. Wieso wird hier die Dingens nicht gebaut? Mach mal hier höher. Jetzt gehen sie aber erstmal nicht schlafen. Na, schauen wir mal. Oh! Oh! So, jetzt haben wir eine neue Waffe. Ich glaube schon, ja. Dreifach Schuss, Schaden 12, Schaden 15, aber der hat ja dreimal dann, das ist also definitiv besser. Da fehlt ein orangenfarbene Seestern, Schaden hat er keinen, Radius, Magazin, Betäubung bereue ich nicht. Rockstar. Muss ich noch irgendwelche an dem hoch geben? Ich glaube nicht, ne, ich habe schon alles, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Also auch nicht. To-dos. Merklich, alles abgeschlossen. Hier sogar noch ein Feld, ok. Marinka. Ok, da haben wir ganz viele neue, ne. Brauchen wir auch nicht. Heiko, Erforsche Seesterne. Ok, liefern. Brauche ich 10 orangenfarbene. Das kann ich liefern. Da habe ich 20 Forschungspunkte, ok. Das fehlt. Das kann ich auch liefern. 30 Forschungspunkte. Oh, da machen wir auch ein Level-Up. Öko-gesundheitsarmband haben wir jetzt. So, den Rest können wir nicht, ne. Ah, der geht noch runter, aber das ist noch nicht gut. Öko-Giftwiderstandsarmband, ok. Das ist das nächste wahrscheinlich, ne. Aber ich glaube, was anderes kann man jetzt nicht machen, ne. Achso, hier unten ist abgeschlossen, ok. Gut. Eyediver. 400 haben wir nicht, ok. Frachtkiste. Ich glaube, die holen wir uns mal, ne. 19, 13, da kriegen wir 19 Kilo. 6 Kilo mehr. Wunderbar. Der Rest geht noch nicht. Gut. Äh, der Rest ist jetzt, glaube ich, nicht von Bedeutung. Gut. Schauen wir mal weiter, ne. In der nächsten Folge. Äh. Wir können doch mal einmal tauchen. Da sind drei jetzt drinnen. 100 spend Arbeitskraft. Naja, wir müssen dann gucken, ne. Wie kriegen wir denn die Dingens beschleunigt? Gute Frage, ne. Die Stuhlproduktion, die Möbelproduktion. Keine Ahnung, ne. Holz haben auf jeden Fall genug, dass die das produzieren können. Wie sieht's denn mit dem Labor aus? Vielleicht gibt's dann irgendwo mal eine Dingens. 0 von 8 von 15, da passiert auch nichts. Was sagt das Lager? Ah, nicht. Hier ist ein Lager. Hier, Vorrat. Kisten eine von 6, gelagert 0. Da ist auf jeden Fall gar nichts drin. Und hier haben wir auch nochmal einen Lager, ne. Ist auch 0. Ja, die müssen hier noch ein bisschen was verschaffen, ne. Jetzt habe ich irgendeinen Typen angeklickt. 1,25 die Stunde. Und das ist ja ganz schlecht hier, oder was? Wieso ist die Produktion hier so schlecht? 0,87. Hier ist 1,52. Hier ist viel besser. Was ist hier los? Inspizieren, kann ich da was? Okay, die sind da doch noch am arbeiten. 30 Bürger. Raum umgestalten, ja. Lager. Wertbank. Das ist Wertbank. Hier geht aber auch nichts mehr rein, ne. Ist das denn größer wie das? Nochmal so. Zimmermann 1. Wo war das Gebäude kopieren? Raum 20%, Urbanisierung 100%. Raum 7%. Ah, da ist wahrscheinlich mehr Platz drinne. Als da. Und deswegen können die mehr geschöpfen, weil hier ist es vielleicht zu eng. Kann das sein? Ja, das machen wir mal. Äh. Entferner Raum. Ne, das muss man nicht machen. Die können ja bestimmt ganz schlecht laufen. Und deswegen. Ah, jetzt habe ich das wieder ausgemacht, ne. Äh. Äh. Lager. Verringern. Verringern. Erhöhen. So. Kann ich gerade gucken, wie die da oben aussehen? Ich hätte jetzt hier noch zwei Lager. Das sieht hier alles ganz anders aus irgendwie. Wie kriege ich das denn jetzt wieder hin? Hm. Ah, jetzt weiß ich es. Hier steht es. Halte Umschalttaste links. Und klicke, um zu kopieren. Nein, das war jetzt nichts, ne. Halte Steuerung links. Gedrückt und klicke, um ein Beitrags zu bauen. Äh. Das ist aber nicht das, was ich will. Ne. Halte Umschalttaste linker. Ne. Wie macht er das nicht? Wie macht er das nicht? Ne. Ne. Schade. Wenn ich jetzt wüsste, was das hier ist und so, ne. Dann wäre das schon cool. Holz. Das ist... Ich kann es mir nicht erklären. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020